ja hey leute was geht ab hier ist wieder euer big ma1 ich stehe gerade in meiner küche und zwar habe ich gerade das paket vorbereitet für den schleusi der diese cd hier gewonnen hat hier ist das briefkuvert so leute ich befinde mich jetzt in der postbank wie man schon sehen kann ich werde das paket natürlich die cd abschicken ich hoffe da stehen nicht allzu viele leute bei der postbank stehen immer sehr viele leute wir gehen einfach mal rein und gucken mal ja sieht gut aus schon mal keine menschen hier dezent vorgedrängelt so mal gucken muss man warten bis ein mitarbeiter frei geht hallo ich möchte das gerne abgeben dankeschön Dankeschön, tschüss, schönen Tag noch. So, das Paket wurde jetzt abgegeben. Tschüss, tschau, tschau. Also Schleusi, ich hoffe, du hast Spaß mit der CD. Genau, hier siehst du, abgegeben. So, also ich bin wieder zurück. Ich habe nur kurz den Brief abgegeben. Für den Gewinner, in dem sich die Sae-Brasil-CD befand. Und ja, das war es auch schon wieder. Heute wird es ein bisschen kürzeres Video. Das heißt, ich weiß noch gar nicht, wie lange es wird. Ich muss alles erst zusammenschneiden. Und dann lade ich heute das Video hoch. Ich wünsche den Gewinnern viel Spaß mit der CD. Mir war wichtig, dass die Leute und auch du, also der Gewinner, sehen oder sehen können, dass ich das Paket wirklich bei der Post abgegeben habe. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Unterstützung tut niemandem weh, bringt keinen um und kostet keinen Cent. Ich hoffe, meine Videos sind unterhaltsam für euch. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr meine Videos so findet. Ich freue mich über jede Art von Feedback, solange keine Beleidigungen dabei sind. Es wird hier niemand beleidigt. Egal in welcher Art und Weise, es wird keiner beleidigt. Das ist ja immer klar. Ja, das war es dann wieder von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen Abend, je nachdem, wann ihr das Video gerade anguckt. Und Grüße aus Ingolstadt, euer Emma One.